Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Benji Kansui, die X-Box Live Arcade Version. Wir sind hier an der Hexenstatue und gehen erneut diesen Weg hier hoch. Eine neue Aufnahmesession mal wieder. Das ist jetzt schon die dritte Aufnahmesession. So, in diesem Ding sind wir hier das letzte Mal stehen geblieben. Und zwar haben wir hier noch einen Buchschädel gesehen. Wir haben schon 19 Stück. So, hier ist nämlich noch eine Tür. Nächste Welt haben wir ja schon geöffnet. Und diese Gummistiefel sind für hier. Ja, das ist die nächste Welt. Eine Wüstenwelt. Damit kommt man hier über den Sand drüber. Ich glaube, die können ja sogar jetzt schon aufmachen. Da müssen wir jetzt sogar schon rein. Oder? Ne, wir waren das einfach. So, wir gehen erstmal hier entlang. In einen neuen Hauptraum. Hauptraum. Das hier ist der zweite Hauptraum. Ja, sieht schon eher nach Grundhilder aus. Wir sind schon wieder in Grundhilder-Kopf. Was bist du denn? Ich bin nett. Was? Oh! Ich mach die Tiere wirklich arg. Schlimmern sie einmal im Sand. Hä? Ich kann's gar nicht kaputt machen. Öh! Moment mal. Aha. Für was war das gut? Okay, da ist noch was. Was ist denn da dahinter? Ein Kessel. Eine Ankürzung. Das ist der Lila. Eine Ankürzung. Ja, endlich haben wir eine Abkürzung. Hallo? Die Abkürzung erspart viel Ablauf. Oh nein. Was? Hier fliegen Bienen. Hallo? Hängen wir weg von meinem Honig. Aber das ist das erste Mal, wo wir... Ne, wir haben doch schon mal sowas geputzt gemacht. Egal. Was ist das denn hier? Was? 350? Können wir schon öffnen. Da, 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 da. Dankeschön. Dankeschön. Geh mir mal rein. In Hexenmund. Noch ein Bild. Das ist doch die Wüstenwelt. Und wo geht da rein? Oh, jo, jo. Fränzilda. Oh, ist die Lava so hässlich. Sieht echt trockig aus. Ich finde, Bandelkensui ist viel besser als Bandelkensui. So, und was ist das? Gobies Rally. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Puzzleteile fehlen. Aha. Gobies Rally. Ein kleiner Grafikfehler. Okay. Wo geht's denn da hin? Oh mein Gott, wo sind wir denn hier? Auf einem Friedhof. So, das ist die siebte Welt. Also die Welt nach der Wüstenwelt. Ähm, es ist nicht die letzte Welt. Nein, es gibt neun reguläre Welten plus die Oberwelt. Ja, das ist Mad Monster Mansion. Meine Lieblingswelt. Naja, meine Lieblingswelt ist es eigentlich nicht. Meine Lieblingswelt ist der Klickloch. Die letzte Welt, die neunte, da haben wir schon das Bild gesehen. So, mehr können wir im Moment nicht machen. Wir können noch einen weiteren Kessel freischalten. Und dann müssen wir auch schon da hinten reingehen. Denn da sind wir schon, da wird es hell. Aber wo wir noch nicht waren, ist es hier. Oho, wir laufen. 450. Oder 460. 450 Noten. Da fehlen uns ja noch 50. Okay. Da müssen wir wohl erst durch die nächste Welt durchgehen. Da, 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 da. Noch ein Kessel. Ein blauer. So wie der vorletzte Kessel. Euer Ende, ich klar sehe, ihr seid Würmer. Ich bin die Krähe. Wohl eher ein Rabe. Krähen haben wir hier nicht. Wir haben immer hier Raben rumfliegen. So, tüscheln wir. Was sagst du uns denn? Zum Frühstück ist die... Krähen, was? Da knetschte Frosch auf. Zum Abendessen gibt es Katzensteeg. Das warzen Gesicht liegt so nachtig. Auch Apfel-Eis kriegt ekelhaft. Okay, wo geht's denn da hin? Wie kommt man denn da hin? Da kann man ja nur hinfliegen. Hm. Vielleicht erscheint ja da unten eine Flugplatte, wo nichts ist. Wo man auch gar nicht sieht. Au. Okay, gehen wir mal hier rein. Und ihr seht, Banjo läuft weiter. Der rutscht nämlich. Kazooie, rutsch nicht. Oh, mein Gott. Okay, da ist Freeze-Easy-Peak. Da gehen wir... ...lackant rein. Da gehen wir... ...lackant rein. ...lackant rein. Guck mal, ich stehe... ...lackant rein. ...lackant rein. Ah, wenn nicht, ihr kennt einfach die Nummerchen, die von mir bereits, weil ich bei uns gelernt habt, wie es funktioniert. Jetzt. Okay. Du-din-du-din-du-din. Was ist das denn? Ein Mumu-Schädel. Und erkennt ihr, was das hier ist, wo wir uns hier befinden? Das ist ein Adventskalender. Ui. Gehen wir ran in den Freeze-Easy-Peak. Das ist meine Lieblingsmusik. Diese Welt hält einen neuen Mumu für euch bereit. Mal sehen, ob ihr ihn findet. Oh, was ist die denn los? Was ist die denn? Oh, was ist die Geschenke? Unser Papi-Grunny wollte uns etwas mitbringen. Und er ist schon so lange weg. Oh, ich weine. Was ist die denn? Okay, die Fenster, die sehen komisch aus. Da kann man ja gar nicht mehr rausschauen. Die sind ja schon zugefroren. Ein schönes Bild des Schneemanns in dieser Welt. Das hier ist wohl der Vater, Bogi. Hey, ein Banschke-Sweepel! Seien die Banschke-Sweep-Fans? Okay, ich glaube, hier können wir nichts machen. Was ist das denn? Der Weihnachtsmann! Wer bist du denn? Hallo? Oh! Oh! Ich habe so alte Bauchschmerzen! Ich hatte dieses funkelnde Ding nicht futtern sollen. Bitte helf dem armen Bobby! Du bist der Vater! Oh! Du bist der Vater! Ich habe ihn mit dem zweiten damen ran! Und ich habe da noch einen gesehen. Das ist das Ding! Das ist das Ding! Oh! Du bist der Vater! Und ich habe da noch einen gesehen. dass die Kinder von dem von dem Eisblock äh aus Banff 2 dieser komische George Eisblock ok Leute jetzt kommen wir also falls ihr fragt wo der Endgegner ist DAS da ist der Endgegner nicht etwa diese diese Viecher da nein dieser dieses Vieh hier ist der Endboss ist er weg zwar nicht zum Leben aber es ist der Endboss oh nein wir sind die Twinkies beschütze uns auf dem Weg zum Baum von den Lichterfressern dann können wir den Baum beleuchten welche Lichterfresser was bist du denn mhm knistbriche super lecker was 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 das ist schon schwierig frisch hey frisch da schneller 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 was das ist schon ne 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 Schneller, 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 los, los. Nein, der ist da reingesprungen und die Zeit sah vorbei. Nein, der wollte gerade da reinspringen und er war schon drin. Nein, nein, müssen wir den Albtraum erneut machen. Die erste wird immer drin. Hey, komm doch raus! Hey! Ich glaube, in diesem Prinzip wird den Seeler getrissen. Mir das flötig hält. Ich hätte jetzt sehen müssen... Moment, ich lasse jetzt mal alle drei rauskommen. So. So. Und so. Das wird nichts mehr. Kann man das neu starten? Nein. Nein, das wird nichts mehr. Nein! Nein! Nein. Ich muss sehen, vorne ist alles kaputt. Nein! 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 Das sieht schon mal besser aus, als durchgekommen. Los, ja, gut. Wenn es jetzt immer zwei sind, dann ist gut. Was kommt? Nein, dieser eine fehlt jetzt noch. Komm her. So, du wirst gefressen. Oder nicht! Doch! Mist! Los! Los! Nein, nein! Komm schnell! Komm schnell! Komm schon rein! Ja! Wir haben es geschafft. Das war das Schwierigste. Puh, ziemlich knapp, aber es hat ja geklappt. Jetzt müsst ihr nur noch den versteckten Schalter finden. Ich dachte, ich würde es nicht sagen. So, ich könnte ihn schon mal gucken. Jetzt einmal draufschießen. Und dann leuchtet er! Hurra! Finde den Stern und ihr werdet belohnt! Wir müssen nämlich jetzt dreimal durch den Stern fliegen, in einer Minute. Was kommt dann, wenn sie nicht? Nein! Komm! Schnauer! 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 Dreh! Wo bist du? Da! Los! Ja! Und das Puzzleteil ist frei! Da 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 Knaß! Da 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 Hui! Da! Das war der was? Los! Lass uns doch da hoch! Lass uns doch da hoch! Da 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 Ja was macht ihr denn hier? Hä? Was war das denn? Da 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 Ein Geschenk! Ich bin ein Geschenk! Ich mache traurige Bären glücklich! Ich bin ein trauriger Bär! Meine Schwester wurde entführt! Okay, ich weiß nicht wie Kazumi das macht. Er läuft eigentlich nur gegen die Wand. Dann 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 Ich brauche eine Federn! Nö! Eier! Dann 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 und das erste Puzzleteil! Wui! So! Erster Bereich abgehakt! Gut! Lernen wir mal den Move! Da da! Ha! Hey! Wer war das? Hey Bodels! Mit dieser Attacke wirst du die Königin der Lüfte, Kazumi! Klingt super! Erzähl mehr, Blindschleiche! Drücke X während du fliegst und Kazumi wie eine Rakete auf ein Ziel zu schießen! Wähle deine Zielsaugigkeit aus, dass jedes Mal eine rote Feder kostet, wenn du es einsetzt! Hey! Du warst nicht den frischsten, äh! Du warst nicht den frischsten Eindruck! Ich werde deine Energie aufholen! Das kennt ihr alle Moves, die ich euch in dieser Welt beigte! Der Fahrer zum Move war das! Ja! Nein! Oh! Oh! Moment mal! Moveschädel! 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 Oh! Da ist die Kamera ausgegangen! Und gerade habe ich den Jinju irgendwie im Sturzflug eingesammelt! Okay! Was lacht ihr die ganze Zeit? Jetzt seid ihr dran! Waaat! Hahaha! Ein Moveschädel! Was hast du in dir? Oder unter dir? Oh! Oh! Äh! Was? Dein Hexenschalter! Jetzt bist du dran! Na! Lachst du denn gar nicht? Ja! Fahr! Oh! Nein! Nein! Mist! Hilfe! Geh weg! Hör auf! Hör auf zu flackern! Was ist das denn da? Du bist noch dunkler stellen damit ihr was seht! Das ist sogar so seht ihr nichts mehr! Okay! Ja! Da bist du! Was? Ja! 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 Steh auf! Ja! Ich bin dann da! Du! 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 Du-du-du-du-du-du-du! Als besten... So, was haben wir denn? Federn ein! Du-du-du-du-du-du-du-du! So, du bist da hinten irgendwo! Da bist du! Jetzt bin ich zu nahm! Nein! Ha! Aua! Hä? Wo bist du denn? Flieg! Oh nein, da nicht dahin! Flieg, 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 kleines Vögelchen! Wo bist du? Da! Los! Jetzt bist du dran und fasz! Das waren sie, oder? Aha! Die Welt erinnert mich ein bisschen an... Frostball und Frost aus Super Mario 64. Wegen dem riesen Schneemann. Obwohl, hier sieht er ein bisschen besser aus. Hier sind die Knöpfe des Schneemanns. Die wir jetzt erstmal kaputt hauen! Neun! Fertz! Wir nehmen als erstes das Puzzleteil von oben. Da-da-da-da-da-da! Oh, wir haben, wir, wir, wir haben nur noch ganz viele Federn. Was? Was? Tschüss! Nein! 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 Ich sag tschüss! Ihr Honigwarben! Ihr Honigwarben! Nein! Das ist ja für ewig verloren! Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da! Die sind nicht so nah am Rand, wie die neuen Schlechertschuldung an dem einen Dinger für den ganzen Säulen. Au! Mensch, das ist das! Das ist doch so! Äh, so! Hui! Noch ein Schenk! Ah, es ist zu bald! Ich könnte etwas Wärme gebrauchen! Nehmen wir erst mal das dritte und letzte Puzzleteil des Schneemanns! Und ich bin nicht zu dumm wie Luxlechtling und springe hier vorbei! Oder wer das war? Ich weiss nicht mehr. Ich glaube, es war Luxlechtling. So! Da haben wir jetzt alles. Was ist das denn ein Schlitten? Hui! Boah! Fuck! Das tut gut! Ey! Ihr habt meinen Schlitten gefunden! Ich trainiere für das große Rennen! Wir sehen uns, Freunde! Welches große Rennen? Haben wir nie davon gehört! Das große Schlittenrennen? Das große Schlittenrennen! Das große Schlittenrennen! Schauen wir mal hier ein! Wui! Wui! Oder das hier! Aha! Okay, Leute! Ich würde sagen, wir beenden den Part! Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder! Ciao! Ciao!